ja ich finde besser ist immer mal wieder ein video kann man doch irgendwie besser Dinge abschätzen wie so rein über paar Bilder ja das ist hier Sportster S das hier ist Triumph die Taschen sehen von innen so aus Blech drin ist Standard ja den neuen Besitzern viel Spaß damit ach ja beides natürlich mit Docking Kit gut ja 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 ja